Seid gegrüßt, der Professor konnte sich zutritt zu den Archiven der ehemaligen Sowjetunion und ihrer Raumfahrt verschaffen. Er hat dazu ein Kommentar für euch verfasst. Danke Inga. Zunächst möchte ich vorausschicken, dass die folgenden Ausführungen nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Möglicherweise gibt es noch Fakten oder Argumente, die ich nicht berücksichtigt habe. Es gibt im Internet Berichte über sogenannte verlorene Kosmonauten. Dabei soll es sich um Raumfahrer aus der Sowjetunion handeln, die bei missglückten Raumfahrtmissionen gestorben sind. Nun gibt es schon eine Reihe von offiziell dokumentierten Raumfahrtunfällen, die Wikipedia listet ja eine ganze Reihe davon auf. Das Besondere an den Lost-Kosmonauts oder auch Phantom-Kosmonauten ist allerdings, dass keine offiziellen Aufzeichnungen über diese Missionen und ihren tragischen Ausgang existieren sollen. Das ist insofern ungewöhnlich als die Weltöffentlichkeit über andere Fehlschläge im Bereich der Raumfahrt dem Allemeinen informiert wurde. Laut den Berichten geht die Kenntnis über die verlorenen Kosmonauten auf die Gebrüder Judica Cordiglia zurück. Diese beiden Amateurfunker sollen in den 1950er Jahren Funksprüche der verlorengegangenen Kosmonauten empfangen haben. Allerdings sollen ähnliche Signale auch von anderen Astronomen aufgezeichnet worden sein. Um es direkt zu sagen. Grundsätzlich halte ich den Inhalt dieser Story für möglich. Ich sehe zwar keinen definitiven Beweis, aber es ist nicht auszuschließen, dass die Sowjetunion einige Kosmonauten im Weltraum verloren hat, dies aber aus propagandistischen Gründen verschweigt. Es gibt nur einige Kritikpunkte oder offene Fragen in diesem Zusammenhang. Erstens. Wieso haben die Amerikaner ihre Informationen über die fehlgeschlagenen russischen Raummissionen nicht veröffentlicht? Auf den ersten Blick scheint es hochgradig konsequent zu sein, dies im Rahmen des Kalten Krieges zu tun. Abgesehen von der relativ trivialen Antwort, dass die Regierung einfach offiziell nichts davon wusste, gibt es allerdings durchaus mögliche Gründe, wieso man das nicht tun wollte. Eventuell wollte man die Öffentlichkeit nicht gegen die damals noch relativ neue Möglichkeit der Raumfahrt aufbringen, um so im Wettlauf der Supermächte nicht ins Hintertreffen zu geraten. Oder man wollte damit nicht indirekt zugeben, dass die sowjetische Raumfahrt in einigen Punkten schon weiter war als die amerikanische. Allerdings würde diese Variante nicht erklären, wieso man nach der Mondlandung und den Sputnik-Schock nicht eine Veröffentlichung nachholte. Zweitens. Eine weitere Frage ist, wieso man spätestens ab Mitte der 1960er Jahre dazu überging, Fehlschläge in Bezug auf die Raumfahrt doch zu veröffentlichen. Was hätte diese plötzliche Änderung der Politik verursachen sollen? Sicher ist, dass es spätestens ab diesem Zeitpunkt offiziell dokumentierte Unglücke im Zusammenhang mit der Raumfahrt gibt. Dennoch halte ich diese Berichte zumindest für möglich. Dem Nutzer steht es natürlich frei, selbst im Netz und offline zu recherchieren. Danke Professor für deinen kurzen Kommentar zu diesem Thema. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020